Da kann man was draus machen, Ben. Wenn Jeremy beim Schnitt ein bisschen mehr kooperieren würde und wir können die Kritiker überzeugen, dann haben wir eine Chance. Ja, wir beschäftigen uns morgen damit. Ich werde jetzt erstmal mit Lou sprechen. Ben. Lou. Wo ist dein Regisseur? Er hat die Maschine in Heathrow verpasst. Ziemlich ärgerlich, aber er kommt morgen. Ist schwierig, einen guten Film zu produzieren. Allerdings. Schon. Fantastische Arbeit. Einfach fantastisch. Hey, Ben. Du bist immer toll, aber das war einfach genial. Und haben wir eine Chance? Was für eine Frage. Wirklich. Schön. Wir sehen uns. Wir sehen uns nachher. Okay, wir sehen uns in Cannes. Ja, klappt das mit dem Privatflieger? Natürlich. Ich muss im Flugzeug rauchen können. Wir werden Geld verlieren. Meinst du wirklich? Sehr viel Geld. Das weißt du, bevor er fertig ist? Natürlich. Noch bevor wir die DVD starten? Verdammt viel. Ich glasspäck dir. Ich glanzin. Ich grinde. чувäle. Ich glanzin. Ich begrüße. Ich glanzin. Ich glanzin. Ich glanzin. Musik 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 Musik